Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Der Gimbal mag mich heute nicht. Warum? Ach, ich glaube, er ist noch nicht eingeschalten. Doch, er ist schon eingeschalten, aber er dreht sich wie wild. Wie kann das sein? Rita und die Technik, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich bin von Rita zum Arbeiten verdonnert worden bei ihrem Harry Potter Park. Sie hat Neuheiten, die sie euch gerne präsentieren möchte. Also würde ich sagen, wir hoffen mal, dass die Technik funktioniert und gehen ohne Umschweifungen in die Materie. Sonst gebe ich dir das auf die Kamera. Genau, ich zeige euch mal, was sich alles hier getan hat. Ich habe ein paar Kleinigkeiten verändert am Vergnügungspark und ich hoffe, sie gefallen euch. Also, wir starten hier mal mit, das ist wirklich doof heute. Schau dir das mal an. Die fährt herum, wie sie gerade lustig ist. Nach einem kleinen Kampf mit der Technik, ich will da nicht näher drauf eingehen, kann ich euch jetzt mal zeigen, was meine Updates sind. Und ihr werdet schon sehen, hier ist ein neues Gebäude verbaut, nämlich die Sesamstraße. Hier ist auch ein neues Gebäude weg, nein, ein altes Gebäude weg. Zudem wird Christoph sich mal rechtfertigen, glaube ich, in einem kommenden Video. Was für so rechtfertigend. Wie man nur meine super Figuren hier so stehen lassen kann. Aber gut, auf jeden Fall, die Sesamstraße ist jetzt hier und ich finde, die passt hier ganz gut rein. Was ich neu gemacht habe, ist hier diese Wand aufgezogen, damit dieses Eckgebäude hier nicht offen ist, weil sonst schaut das irgendwie doof aus. Und ich will mich ja nicht selber loben, aber das sieht doch aus wie so gekauft. Ach ja, die Sesamstraße, ein Set, welches uns sehr gut gefällt, haben wir aber schon 50 Mal in der Stadt irgendwo anders platziert und nie hat es uns dort gefallen, wo es gestanden hat. Der Grundriss und das Ganze mit den Gehsteigen ist irgendwie so komisch. Auch das halbe Gebäude hier riet das sehr, sehr gut gemacht, passt wirklich total gut. Und jetzt haben wir hier eine Ecke, wo das Gebäude eigentlich sehr eine gute Figur macht. Das Cookie Monster. Passt wirklich, wenn das schön eingebaut ist, glaube ich, ganz ideal in die Stadt hier. Ist das Teil des Vergnügungsparks, kurze Frage? Nein, das ist nur zum Leute anlocken in den Pörlern Vergnügungspark. Okay, das heißt, wenn Sie das anschauen wollen, müssen Sie noch nicht bezahlen, aber sobald Sie dann durch die Zaubereiministeriumsportale gehen, müssen Sie den vollen Preis beraten. Die übrigens auch neu gestaltet sind. Ja, irgendwo müssen die Leute schon das Geld liegen lassen. Ich meine, das bezahlt sich ja nicht alles von selber zum Beispiel. Der Eingang wurde verschönert und das geht natürlich auch in die Kosten. Ihr seht es hier auf beiden Seiten habe ich hier mit Mauersteinen das verschönert. Warum? Weil hier auf der Seite diese Teile hier verbaut waren. Die habe ich jetzt rausgerissen. Beziehungsweise hier dahinter versteckt. Und das hat mir nicht gefallen. Deswegen habe ich mir gedacht, das verschöne ich ein bisschen. Und ich finde, der Eingang ist jetzt umso schöner. Finde ich auch. Jetzt sieht das Gebäude auch ein bisschen kompletter aus. Vorher war das irgendwie so halb. Wir haben sogar mal überlegt, ob wir das Set nicht nochmal, oder ich wollte es Rita nochmal kaufen. Es gab es um 49 Euro. Rita wollte es aber nicht. Aber gut, jetzt hat sie es so eh ein bisschen kompletiert. Naja, man kann ja nicht alles kaufen. Man braucht ja auch noch Geld für den Vergnügungspark für das Ticket. Was ich auch noch gemacht habe, ist endlich so ein kleines Ständchen hier gebaut, mithilfe von Christoph. Ja, damit man endlich auch sich die Tickets kaufen kann. Ich hebe es euch mal raus. Für den Vergnügungspark. Und ja, ich finde, das ist ganz gut gelungen. Ich habe hier extra diese Fliesen verbaut, damit man weiß, welche Bereiche auch hier im Park zu finden sind. Mario. Und ich finde, die sind eigentlich ganz gut. Ja, Future. Ich hoffe in Zukunft, dass ein super Mario-Bereich kommen wird. Wir locken einfach mal die Leute rein. Die kommen sowieso in einem Tag nicht durch, deswegen kaum viele Tickets. Genau. Und hier diese zwei Damen verkaufen die Tickets. Ich finde, das ist eigentlich recht gut gelungen. Ja, gefällt mir recht gut. Ich hoffe euch auch. Ja, und ich finde es cool, dass hier zum Beispiel Rollschuhe verbaut wurden, damit das ein bisschen so einen edleren Look hat. Sehr, sehr schön gemacht. Und wir sehen, du hast auch die Fliesen verbaut, die wir bei diesem einen Haul, den wir euch mal gezeigt haben vor kurzem, in die Kamera gehalten haben. Genau. Dann habe ich hier auch noch ein bisschen besser diesen Teil gefließt. Ich möchte auch hier noch den Boden komplett vervollständigen. Ihr wisst es mit diesen runden Plates und Tiles. Aber das ist noch nicht ganz fertig. Auch hier die Drehkreuze habe ich noch nicht installiert. Aber die sollen auf jeden Fall hinzukommen. Man sieht fast keine Bodenplatte mehr. Was sind diese fliegenden Dreiecke hier? Die sind vom Zaubereiministerium so Briefe oder Notizen, die da von einer Etage zur anderen fliegen von selber. Sehr, sehr edel und sehr, sehr gute Erweiterungen. Mir gefällt nochmal auch die Sesamstraße hier sehr gut. Das Einzige, was ich am überlegen bin, kann man dieses Werbeschild hier, dieses Rote, vielleicht auf die andere Seite des Gebäudes dranbauen? Keine Ahnung. Oh, ja. Würde vielleicht gehen unten. Das ist das Einzige, was man jetzt nicht sieht. Aber sonst, top Arbeit, Rita. Danke. Sehr, sehr gut. Dann geht es weiter. Du kannst gleich weiter schwenken in Richtung vom Disney-Schloss. Da haben wir jetzt rechts an die Winkelgasse habe ich jetzt mal den fahrenden Ritter gestellt. Das riecht wieder ein, das ist ein bisschen schöner beleuchtet. Den fahrenden Ritter gestellt mit der Telefonzelle. Ich möchte die irgendwie einbauen, weil, ihr werdet es dann später sehen, ich da ein bisschen was umgestellt habe hinten im Vergnügungspark. Aber ich finde, das passt recht gut. Und außerdem, diese Ecke ist sowieso schwierig zum Verbauen, weil doch sehr schnell ist... Entschuldigung, auf was soll ich jetzt filmen? Auf den Bus? Ja. Okay, gut. Und auf die Telefonzelle. Ah, die Telefonzelle ist da hinten, die habe ich nämlich nicht gesehen. Vollkommen richtig. Genau. Und, ja, das werde ich noch irgendwie anders oder noch besser einbauen, aber von der Idee her, glaube ich, passt das ganz, ganz gut hier hinten. Super. Was auch neu ist, vor dem Disney-Schloss sind jetzt wieder Figuren platziert. Also zum Beispiel Joy Force stehen jetzt wieder vor dem Schloss. Oder auch Brixenville, der ein Foto vom Schloss macht. Die sind wieder platziert, genauso wie die anderen Figuren, die schon mal da waren. Und ich finde, das passt ganz gut. Ich schaue, dass nicht so viele Figuren hier stehen, einfach nur deswegen, weil ich glaube, dass, ja, ansonsten das Muster nicht so wahnsinnig gut sieht. Aber ein, zwei werden sicher noch dazukommen. Und das wird auch noch ein bisschen verschönert, natürlich hier der Übergang zwischen Winkelgasse und dem Disney-Schloss-Vorplatz. Aber da lassen wir Rita in aller Ruhe. Und ich sehe auch was Neues am Winnie-Pooh-Set. Ich habe Christoph beauftragt. Also Christoph hat sich da voll ins Zeug gehaut, auch deswegen, weil man da so schlecht hinkommt. Wegen dem fliegenden Erl, der da zwischen Baustelle. Also man muss von der anderen Seite, genau, von diesem Montageloch hier. Genau. Auf der einen Seite ist das Disney-Schloss im Weg. Auf der anderen Seite Aladin, der hier fliegt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt, über der Baustelle. Und auf dieser Seite hier hat Rita die Hogwarts-Quidditch-Spieler aufgehängt. Und furchtbar. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, Christoph mit seinen langen Armen kann das gut bauen. Nämlich endlich das Winnie-Pooh-Set ein bisschen in diese, wie sagt man, 100... 100 Morgenwald, glaube ich. Irgend so was, ja. Und Morgenwald, da quasi eine Andeutung davon, also etwas begrünt. Und ich finde, es ist sehr, sehr schön geworden und sieht jetzt auch schon sehr harmonisch aus, als wenn man den linken Teil ausblendet, wo jetzt noch nicht so schön der Boden gemacht ist, sondern wirklich nur sich den rechten Teil ansieht, sieht das nicht traumhaft aus. Ja, finde ich auch. Den linken Teil werden wir auch noch verschönern. Ich weiß nicht, ob mit Aschenbrödels Kutsche oder mit etwas anderem, aber das sieht schon so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Genau. Ja. Jetzt zu dem Fall, warum hier dieser Bus steht. Wir haben nämlich wieder mal ein neues Projekt angerissen. Ich habe hier den Bus weggestellt, weil ich einerseits ein bisschen Hagrid's Hütte verschoben habe. Die steht jetzt nicht mehr hier vor dem Quidditch-Feld. Vor dem Quidditch-Feld steht der Teil vom Hogwarts-Castle, der etwas mit Quidditch-Spielen zu tun hat, diese erste Flugstunde. Ja. Und das ist quasi der Übergang zum Quidditch-Feld. Und stattdessen habe ich dann eben Hagrid's Hütte hier ein bisschen herübergeschoben. Ja. Und daneben ist jetzt die Drachenachterbahn. Also ihr seht, es ist alles ein bisschen eine Hin- und Herschieberei, aber ich glaube, das passt jetzt ganz gut. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich gerne die Drachenachterbahn, diese kleine, die wir im Legoland gekauft haben, gerne eingebaut hätte, irgendwie mit einer richtigen Burg und nicht nur diesem kleinen Tor, das es dazu gibt. Und da haben wir jetzt mal das Mickey-Maus-Set dafür verwendet. Wir haben noch einige Teile bestellt, damit das auch dann besser eingebaut werden kann. Ja, wir haben nochmal dort bestellt. Regina, grüße ich ihn raus, wenn du das siehst. Wir haben nochmal dieselben Teile bestellt. Ich hoffe, du vergisst nichts, weil wir brauchen die sehr dringend. Oh ja, damit dieses Schloss einfach noch schöner wird. Und dann fährt man mit der Bahn, mit dem Drachen einfach hier durch. Was ich super finde. Auch hier den Boden begrünt, damit man nicht auf die hässlichen Lime-Green-Bodenplatten sieht. Drachenachterbahn. Es ist zwar jetzt ein bisschen seltsam, weil hier dieses Tor vom alten Design ist und gleichzeitig ist es eine Disney-Bahn, aber mir gefällt es eigentlich sehr gut. Und es sieht nett aus. Wie gesagt, den hinteren Teil bauen wir noch zu. Wir haben auch, wenn ich das noch anmerken darf, hier den ganzen Weg, oder besser gesagt, das hat meine Mutter gemacht, hier diesen ganzen Vorplatz vor dem Riesenrad hier noch gefließt und geplated. Also auch das hier mit Figuren versehen, mit allem möglichen kleinen Zeugs. Also das hier sieht, wenn ich euch das zeigen darf, jetzt schon richtig nice aus. Das ist gerade beim Harry-Potter-Bereich umgefallen. Und so machen wir dann weiter und arbeiten uns jeweils in jedem Bereich dann langsam vor. Genau. Was sich auch noch im Harry-Potter-Bereich getan hat, warum Christoph da jetzt alles umschmeißt, ist einfach, weil ich hier vorne auch die Sets verschoben habe. Ihr seht, dieses Set ist ganz hier drüben gestanden. Da ist übrigens jetzt der Engel heruntergeklappt. Oh, sorry. Deswegen, das macht nichts. Das war ich mit meiner Plauze. Ja, eine richtige Plauze. Aber das ist eigentlich hier drüben gestanden, da lasse ich mir noch etwas einfallen. Warum habe ich das gemacht? Weil ich hier auch mich ein bisschen verwirklicht habe. Nämlich die peitschende Weide ist jetzt entschnäht, auf jeden Fall mal. Weil das ist ja die von der heulenden Hütte. Und sie ist auch besser eingebaut. Also das gefällt mir jetzt um einiges besser, als es vor kurzem noch hier war. Und ich habe auch gleichzeitig dieses Set dazugegeben, wo Harry by Sirius ist. Und wo die Dementoren dann kommen und er eben diesen Patronus-Zauber ausführt, wo er ja dann draufkommt, dass eigentlich sein Future-Ich das gemacht hat. Tolle Szene und das passt, finde ich, total gut rein. Ich habe zuerst noch ein paar letzte Handgriffe hier bei diesem Berg gemacht. Aber ich finde, Rita hat das sehr schön gemacht, hier mit diesen vielen Pflanzen und Blättern und dem ganzen Zeugs. Und auch von der Farbgebung her sehr viele olivgrüne Blätter verwendet. Und das passt zu Harry Potter und zu dieser peitschenden Weide. Wirklich, wirklich erste Klasse. Man sieht, sie hat auch hier beim Bahnsteiger ein bisschen erweitert, dass die Leute hier auch schön draufgehen können. Und das sieht jetzt echt, echt cool aus. Und mir kommt vor, du hast das genauso gemacht wie ich dort hinten in der Downtown, weil ich habe dort ja auch bei den seitlichen Straßenblocks immer ein Haus rausgenommen und dafür zwei neue eingebaut. Und mir kommt vor, du hast hier die Arbeit ein bisschen abgeschaut. Ja, noch dazu, man weiß ja nicht, welche Harry Potters jetzt alle noch in unserer Stadt wandern werden. In den nächsten Jahren kommen sicher auch noch weitere heraus. Deswegen, man muss Platz machen. Man muss Platz machen, das ist ganz gut so. Und das sieht einfach, ich meine, viele von euch sagen vielleicht auch, das ist alles ein bisschen zu dicht beieinander. Aber auf der anderen Seite sieht das schon richtig geil aus, wenn da einfach viel los ist und wenn sich viel tun und wenn sich viele Details auch erst beim genaueren Hinsehen ergeben, weil einfach die Aufbauten schön beisammen stehen. Was wir irgendwann mal machen werden, ist sicher eine Probefahrt des Zuges. Ich bin gespannt, ob der jetzt durchkommt. Da bin ich auch gespannt. Aber das ist dann wohl Christophs Problem. Auch die Monorail sollte wieder mal fahren. Die ist schon längere Zeit, ist nicht mehr in Aktion gewesen, aber werden wir demnächst wieder mal in Betrieb nehmen. Schöne, schöne Updates, meine Liebe. Vielen Dank. Ich habe dich die letzten Tage hier schon sehr viel stehen gesehen und du warst immer hier sehr aktiv und jetzt zeigen sich die Früchte deiner Arbeit. Der Vergnügungspark wird immer, immer besser. Die Bananen und Äpfel meiner Arbeit. In dem Sinne, esst auch ihr etwas Obst oder kreiert eines. Irgendwie strange, aber gut. Und habt eine gute Zeit. Vielleicht baut auch ihr gerade einen Harry Potter Sets. Wenn dem so ist und ihr einen Harry Potter Layout habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne Fotos schicken, auch von anderen Projekten. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Richtig, ja. In dem Sinne, macht es gut und bis bald. Ich bin gespannt, was das nächste Update sein wird. Wer weiß. Wir wünschen euch einen schönen Tag und freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.